Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinemanuel aus Liebe zum Film. Ja im heutigen Video möchte ich euch das Tom Riddle Tagebuch vorstellen, welches mit einem Basiliskenzahn durchdrungen ist. Jeder der den zweiten Teil gesehen hat, weiß worum es da geht. Weiter wollen wir jetzt auch nicht großartig rumspoilern. Firma Noble Collection gekauft beim Elbenwald. Gibt es aber auch bei Amazon zu kaufen. Links gibt es unten in der Beschreibung. Dann gucken wir uns mal den Karton an. So schaut das ganze aus. Aber wir wollen jetzt mal dieser Edition im wahrsten Sinne auf den Zahn fühlen. Tun mal das hier weg. Hier haben wir noch mal einen Umkarton. Und dann, wenn wir es rauskriegen, haben wir noch mal einen Karton aus Styropor. Also ihr seht das ganze ist richtig safety verpackt. Ich habe das jetzt mal aufgeschnitten und so sieht das dann aus. Wenn es kommt also absolut sicher verpackt. Dann wollen wir mal gucken, was sich darin alles befindet. Wir haben hier eine kleine Platte. Das müsste der Standfuß sein. Ja dann haben wir hier das Buch. Wow also das ist schwer. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ja und dann haben wir hier den Zahn und noch ein bisschen Silikon. Jo. Fühlt sich echt an. Ja gut. Also wie gesagt vier Sachen dürfte jetzt nicht so schwer sein das zusammenzubauen. Gott sei Dank. Ihr wisst ja mit der Harry Potter Figur hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, die zum schweben zu bringen. Jo. Dann haben wir hier den Ständer wie gesagt. Und hier hinten haben wir dann glaube ich noch so eine kleine Lehne, die da reinkommt. Ja. Dann haben wir hier das Buch. Wie gesagt das Buch ist richtig schwer. Also wow. Hätte ich jetzt wirklich so nicht erwartet. Das kommt dann so hin. Vermute ich mal. Jo. Ups. Bleibt stehen. Und dann haben wir hier den besagten Basiliskenzahn. Jetzt muss ich mir das nur ein bisschen umdrehen. Wie sah das denn auf dem Bild aus? Kann man eigentlich drehen wie man will. Jo. Dann hau man mal so rein. Könnte man natürlich auch andersrum machen. Und da haben wir es auch schon. Das Tom Marfolo Riddle Tagebuch hier mit dem durchdrungenen, durchstoßenen Basiliskenzahn. Also der Zahn ist aus Plastik. Das Buch ja eigentlich auch. Aber sehr schwer. Gefällt mir sehr gut. Der Ständer hier ist auch aus Plastik. Und auch hinten die Halterung ist okay. Riecht ein bisschen. Aber nicht weiter schlingen. Ich denke mal nach ein, zwei Tagen ist der Duft verflogen. Und ja. Sieht jetzt richtig cool aus. Dann interessiert es bestimmt den einen oder anderen, wie hoch denn das Ganze ist. Ja. Messen wir mal. Also mit Buch ungefähr 24 cm. Bisschen mehr. Sag mal 25 cm. Tiefe haben wir jetzt ungefähr so, ja, sag mal grob gut geschätzt 10 cm. Und von der Länge her, können wir es jetzt auch mal messen, da haben wir dann so ungefähr, ja, sag mal 20 cm. Also das wären so die Maße für alle, die jetzt wissen wollten, ob es denn ins Regal passt. Sieht absolut schick aus. Gefällt mir wahnsinnig gut. Also da gibt es jetzt keine großen Details. Aber doch die Idee, die dahinter steckt, ist wirklich klasse. Und ja, ein weiterer Hingucker für die Harry Potter Sammlung. Das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und Servus.